Hallo und herzlich willkommen die Freunde zu einer wunderschönen neuen Streamerkündigung für heute Abend. Heute Abend geht es mal wieder los, ich weiß tatsächlich noch nicht ganz was ich spielen soll, ich werde mich da noch ein bisschen spontan dafür entscheiden, was wir heute Abend spielen werden. Ich könnte aber auch mal wieder ein bisschen was anderes spielen als Hearthstone, also wenn ihr da irgendwie Lust und Laune habt auf irgendwas, könnt ihr das sehr sehr gerne in die Kommentare schreiben. Momentan ist ja die Diablo Season 15 gestartet, da könnten wir ein bisschen reinschauen, da habe ich aber halt noch keinen Charakter irgendwie relativ weit. Hey, wir könnten mal wieder auch in Spiele wie LoL reinschauen, wir könnten aber natürlich auch, wenn ihr da mehr Bock drauf habt, einfach wieder Hearthstone spielen. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Oder wenn ihr irgendwie sagt, hey, Scroll, was ganz verrücktes Spiel, doch einfach mal irgendwie Minecraft zum Beispiel mal wieder oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, wir könnten auch mal irgendwie was auf der Xbox oder sowas spielen, könnten wir sich auch mal überlegen, da habe ich auch einige Spiele drauf oder auf der Switch tatsächlich irgendwie so ein Super Mario oder sowas, wäre auch mal wieder eine relativ coole Sache. Dann schreibt es doch einfach mal bitte in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, eure Meinung dazu erfahren. Ich glaube tatsächlich, die Tendenz liegt bei Hearthstone, aber wie gesagt, ich lasse mich auch gerne überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch, startet es wie immer zwischen 20 und 20.30 Uhr hier auf YouTube und noch, ihr wisst Bescheid, liebe Leute. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, haut rein, bis heute Abend dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.